Hallo, zu dieser Kette möchte ich ein paar Worte sagen. Ich wollte das damals schon bei meinem Andenken, das ich mir designt habe. Da habe ich es einfach noch nicht konnt. Und das ist jetzt auch mein zweiter Anlauf, um da jetzt ein paar Worte zu sprechen. Erstmal vielen Dank, liebe Daniela, dass ich dir diesen Wunsch erfüllen durfte. Ich denke, dass es viele, viele Eltern gibt, die so ein schönes Andenken an ihr Sternchen auch gerne bei sich tragen würden. Und ich einfach für mich was gefunden habe, wo ich sage, ich habe es bei mir. Und ja, ich habe mit viel Liebe das designt. Und ja, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als unsere kleinen Sternchen nicht zu vergessen. Ja, man merkt auch, der zweite Versuch ist schwer. Ich hoffe, euch gefällt es und ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, ihr Lieben. Und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.